Er eiert zwar, aber immerhin geht er nach oben. Gute Nachrichten, was das angeht, zumindest mal für diejenigen, die eher auf der Longseite verhaftet sind. Die Märkte kommen zumindest mal ein bisschen weiter nach oben. Hier jetzt als erstes mal der Blick auf den Dow Jones, in dem Fall der Dezember-Future-Kontrakt, aber er erkennt das sicherlich wieder. Das sind die US-Märkte im Dow verhaftet und da haben wir immerhin die Aufwärtsrichtung aktuell am Laufen. Ist das aber denn jetzt schon eine richtig tolle Entscheidungsrichtung? Geht das dahin, wo wir ihn haben wollen? Wo auch immer ihr ihn haben wollt, ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Punkt 1 ist, wir haben hier eine ganze Reihe Kursüberschneidungen. Das ist eigentlich kein Zeichen für, jawohl, wir sind frohen Mutes und sind ziemlich überzeugt, dass das, was die Richtung angeht, dass das die richtige Richtung sozusagen ist. Ich habe da zugegeben meine Zweifel. Der Markt ist dann noch sehr vorsichtig unterwegs und das Ganze mündet mehr oder weniger, wenn man will, in die Chance einer Korrektur, nämlich einer klassischen dreiwilligen Korrektur, die vielleicht in etwa so aussieht. Zack, zack, zack. Wir sind jetzt so halbwegs schon da oben und dann wird entschieden. Ja, an den Charts? Nein, ihr wisst es natürlich genauso gut wie ich. Heute liegt es nicht an den Charts. Es liegt nie an den Charts. Es liegt immer an den fundamentalen Informationen. Und die haben wir heute total spannend aus Amerika. Und da sind wir schon auf Tomorrow eingestellt. Das war noch von gestern. Ihr seht, dass wir hier auf Amerika eingestellt sind. Um 20 Uhr unsere Zeit, da gibt es vom Offenmarktausschuss der USFED, des Federal Open Market Komitees, da gibt es einerseits die Zinsentscheidung, nämlich 75 Basispunkte. Das ist das, was der Markt insgesamt jetzt einschätzt. Das sollte uns auch nicht wirklich überraschen. Viele gehen immer noch davon aus, Mensch, die FED, die legt die Zinsen fest. Die FED orientiert sich extrem stark am 90-Tages-Zins oder 13-Wochen-Zins, also am Markt. Ganz anders als die EZB, aber das ist eine andere Geschichte, die die Zinsen wirklich frei nach Gusto festlegen, orientiert sich die FED an diesem Zinssatz. Und der ist eben ungefähr passend so, dass die FED sagt, naja, 3,25 in etwa. Das sollte hinhauen. Viel spannender aus meiner Sicht ist das, was gleichzeitig veröffentlicht wird. Ihr seht das hier in dem FOMC-Statement. Also die Aussagen, hier sind auch noch die Economic Projections, also was ist so die Erwartungshaltung? Wovon geht die FED aus? Und tatsächlich ist das ein wesentliches Steuerelement der FED, nämlich zu sagen, wir gehen davon aus, dass die Zinsen dieses oder jenes machen. Wir werden gegebenenfalls durch, ja, früher hatte man Quantitative Easening, das ist jetzt nicht wirklich zu erwarten aktuell, aber durch Maßnahmen der FED dieser Art, dass man den Zinsmarkt beeinflussen will, um dann abzuleiten, geht das weiter? Geht das in großen Schritten weiter? Geht das in kleineren Schritten weiter? Einige sagen, naja, danach gibt es nochmal 75 Basispunkte, vielleicht sogar ein ganzes Prozent. Das wäre, also ein Prozentpunkt, das wäre natürlich ein Hammerschritt. Vielleicht können wir das aus den Statements rauslesen. Ja, aber wenn es doch sowieso die Statements sind und die Nachrichten der FED, die jetzt heute Abend den Kurs bewegen, warum gucken wir dann überhaupt auf den Chart? Das ist insofern sinnvoll, dass wir am Chart ablesen können, wie die Marktteilnehmer auf etwas reagieren. Das heißt, alles das, was wir hier haben, ich gehe vielleicht doch mal auf den Fünf-Minuten-Chart, um das ein bisschen im kleineren Bild zu haben. Denkt mal dran, bis dahin wäre das ohne weiteres eine wunderbare Korrektur, die sich in diese Richtung nochmal fortsetzt. Aber es wäre doch auch denkbar, nee, 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 Rüdiger, völlig anders. Wir haben hier eine erste Welle, eine zweite als Korrektur, wir sind jetzt hier in der dritten Welle und anschließend schießt der Kurs weiter. Das heißt, natürlich wird die Entscheidung, ob es hoch oder runter geht, hier gefällt. Das Schöne ist allerdings, wir wissen in diesem Umfeld, wenn es wirklich eine Abwärtsbewegung ist und wenn im Rahmen dieser Zappelei, die hier passiert, diese Marke nochmal fällt, das ist beim Future bei 30.662 ungefähr das Tief vom 21.09.15 Uhr, also heute Vormittag, kurz nach Eröffnung hier beim DAX. Wenn dieses Tief fallen sollte, im Zuge der vielleicht wackeligen Bewegung, die hier möglicherweise stattfindet, dann ist dieses Bild völlig obsolet und wir sind weiter erstmal vorläufig auf der Abwärtsseite, dann bricht auch diese Marke und ich bin relativ, naja, guten Mutes, wenn man das so sagen will, dass es dann noch weiter geht. Wenn er direkt hoch schießt, hey, safe. Wenn er hier ein bisschen Pause macht, ein bisschen rumeiert hier, aber oberhalb dieser Marke bleibt, auch noch kein Drama. Das heißt, die Charttechnik wird über diese oder diese Entscheidung nicht bestimmen. Das macht sie übrigens nie. Ich werde da häufig falsch verstanden im Sinne von, ja, die Charttechnik und daran sieht man, was der Kurs als nächstes macht. Nie. Aber er zeigt, ob die Marktteilnehmer weiterhin guten Mutes sind oder ob sie aufgegeben haben. Dafür sind diese Marken da. Daran ist wohl auch eher zu erwarten, dass der Markt wahrscheinlich heute Nachmittag so in diesem Umfeld erstmal Pause macht. Dann hat er nämlich beide Optionen offen, ob er dann den Bruch sich traut oder dann doch eher die Drehung sich traut. Also für heute Nachmittag meine Vermutung, dass wir hier erstmal so ein bisschen festhaken in diesem Niveau. Das ist jetzt aktuell sind wir bei 30.950 circa. Vielleicht geht es da auch nochmal ein bisschen höher bis 31.050 von mir aus. Irgendwie sowas in der Richtung. Was ich spannend fände, ist, wenn der Markt jetzt heute Nachmittag schon irgendwie sowas hinkriegen würde, so eine große Korrektur, nur da geht ihm die Zeit aus. So viele Stunden haben wir nicht mehr bis zur Fettentscheidung. Wenn er das noch hinkriegen würde in der Form, dann hätte ich den Eindruck, dass die Marktteilnehmer eher von was Bullischem ausgehen. Und auch das ist wieder für uns aktive Händler eine wichtige Aussage, denn das bedeutet, wenn der Kurs doch nach unten geht, wäre das eine Überraschung für die Marktteilnehmer. Vorsichtig, das ist nicht da, das war jetzt eine Annahme. Also im Moment lässt sich der Markt beide Sachen offen und hat keine große Präferenz. Er sagt sich, wir wissen es einfach nicht. Nur wenn wir hier so korrektiv irgendwie was hätten in der Richtung, dann wäre das eine Voraussage. Und hier haben wir jetzt eine abgeschlossene Korrektur an der Stelle, die das absolut ermöglicht. Aber wenn er nach oben ausbricht, hey, das ist ein tiefster Punkt. Der Kurs kam von oben, wir gucken es uns nochmal an. Der Kurs kam von oben. Warum sollte an der Stelle nicht ein klassischer 1, 2, 3, 4, 5 Weller entstehen? Und ihr seht, bis dahin ist kein Unterschied zwischen diesem Szenario und diesem ABC, also bis zum aktuellen Niveau und anschließend diesem Szenario. Und daran seht ihr, wie wichtig das ist mit der Chart-Technik. Denn wir haben dadurch Marken, an denen wir sagen können, okay, das bullische Bild an der Stelle ist rum. Ich habe es euch vorhin namentlich genannt. Da ist es rum. Wenn wir im Zuge dessen des Anstieges, also ein Ausbruch aus diesem Trendkanal, das ist so ungefähr bei 31.000, 31.050, irgendwie sowas in der Richtung. Wenn wir da einen Ausbruch kriegen, dann ist das bärische Bild vorläufig gestorben. Und dann halte ich es für sehr realistisch, dass wir zumindest mal wieder so halbwegs auf diese Höhe hochgehen. Das wäre das normale Verhalten. Die Entscheidung fällt nicht der Markt, Entschuldigung, nicht der Chart, der Markt natürlich schon, um Himmels Willen. Aber natürlich fällt die Entscheidung jetzt nicht der Chart. Die Entscheidung fällen die Marktteilnehmer, aber sie machen es mir einfacher, jedwede Entscheidung dann zu klassifizieren und welche Bedeutung hat das dann im Nachgang. Wie sieht es beim S&P 500 aus? Naja, grundsätzlich ähnlich. Auch hier ist, ich vereinfache das jetzt mal, dieses Grundmuster da. Also ich würde mich nicht wundern, wenn er noch in den nächsten Stunden irgendwo bis da oben reineiern würde und da wahrscheinlich dann verharrt, bis er dann eine Entscheidung um 20 Uhr in die Umsetzung bringt. Das wäre jetzt sehr typisch. Das muss nicht so sein. Aber wenn er es so tut, habe ich eine klare Aussage, so wie ich es eben beim Dow erklärt habe. Wenn er das jetzt nicht so macht, wenn er jetzt vorher schon nach oben geht, ist das ebenfalls ein Zeichen, dass die Marktteilnehmer mehr davon ausgehen, dass das positive Nachrichten sind, die die FED heute verkündet. Ich bin mir da noch nicht so sicher, ob die Marktteilnehmer das sehen, aber ob ich mir da sicher bin, ist völlig unrelevant. Aber würde der Markt so diese Zone da verlassen, würde das bedeuten, dass die Marktteilnehmer sich doch schon festlegen für die Longenseite. Das heißt, wenn sie enttäuscht würden, ist es eine bittere Enttäuschung und damit, also wenn ihr dann eine schnelle Reaktion nach unten habt, wäre das aus meiner Sicht eher eine bittere Enttäuschung mit echten Chancen hier nochmal runter. Wartet auf die wackeligen Gegenbewegungen, um dann eure Shorts zu initiieren. Also ihr seht, das ist durchaus nutzbar, diese Verhaltensweisen, die wir hier im Markt haben. Das gilt natürlich analog zum Nasdaq. Beim Nasdaq ist es ebenfalls ungefähr die 12.000er Marke. Ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn er auch 12.020, aber ehrlich gesagt glaube ich, Zurückhaltung täte dem Markt besser in dem Fall. Also ich glaube nicht, dass der Markt vorher schon Riesenwillen hat nach oben. Ich muss allerdings sagen, der Nasdaq-Index, ihr seht das hier, der gefällt mir mit am besten, denn der hat hier vorne einen ganz guten Anstieg. Dann hier die Korrektur, wieder dreiwellig. Also insofern ist schon nachvollziehbar, dass das, was wir hier haben, hier nochmal passiert. Also insofern, diese Erwartungshaltung ist, wenn wir hier was dreiwelliges haben oder was korrektives haben, ja sowieso immer sehr gegeben. Also diese Zone hier oben scheint mir sehr plausibel. Aber wir haben auch auf der kleineren Ebene einen klaren Schub hoch, klar korrektiv und dementsprechend Fortsetzung nach oben gehabt. Und ihr seht auch hier im Kleinen, Schub wackelig, Schub wackelig, Schub wackelig. Also eher nochmal die Fortsetzung. Es spricht also vieles dafür für die Nachmittagshändler jetzt, dass wir wahrscheinlich bis zur Fettentscheidung so in diesem Bereich da rankommen. Und da wahrscheinlich verharren, halte ich für relativ realistisch, dass der Kurs dann vielleicht ein bisschen rumeiert. Vielleicht macht er vorher nochmal eine etwas größere Pause, geht anschließend erst da hoch. Aber irgendwie sowas in der Richtung, halte ich für sehr plausibel. Behaltet das mal im Auge und achtet immer drauf. Korrektiv, so wie ich es hier eben gezeichnet habe beim Nasdaq, ist immer ein ganz gutes Zeichen, um dann zu sagen, ein bisschen geht noch. Die Oberseiten habt ihr ungefähr im Griff. Malt mal so einen Trendkanal dahin, der läuft natürlich weiter. Also im Moment wäre es eher 12.000. Heute Abend 20 Uhr ist es vielleicht 12.030 in etwa. Die Oberseite, das wäre so ein Ansatz dafür. Beim DAX ist das ein bisschen anders von der Sichtweise. Klar, der hängt ja auch nicht ganz so direkt mit dem Fettzinsentscheid hier zusammen. Wobei natürlich indirekt schon. Denn machen wir uns nichts vor, wenn die Zinsen sich irgendwie deutlich ändern, dann ist natürlich gegebenenfalls ein Abfluss oder Zufluss aus dem einen oder in den anderen Markt nicht unrealistisch. Also das könnte dann entsprechend hier auch seine Wirkung zeigen. Der DAX im Moment eher noch auf der bullischen Seite. Ihr seht das hier, wenn man hier bullisch sein möchte, ich fände es gut, wackele ich runter, um danach den Einstieg hier eben zu haben. Das heißt, das würde ich mir hier wünschen. Also ihr seht, das Bild ist hier anders. Diesen Trendkanal, den ich eben gezeigt habe, das passt hier nicht. Wir haben hier eine andere Situation beim DAX als beim amerikanischen Markt. Nichtsdestotrotz gilt natürlich, relativ stark war bisher diese Bewegung. Wenn wir hier so in die Mitte dieser Bewegung wieder zurückfallen und das möglichst dreiwellig, wären das Voraussetzungen für den Anstieg. Möglicherweise werden wir das in der Folge sehen. Vielleicht nicht jetzt unbedingt zeitgleich zum Zinsentscheid. Aber falls ihr das seht, falls ihr dieses Muster seht, ihr kennt das Spiel, wäre ja eigentlich diese Bewegung dahinten sowieso noch mal zu erwarten. Mit Chancen vielleicht sogar noch auf deutlich mehr. Also ihr seht schon, die Vorbereitungen auf den heutigen Abend, die sind das, was den Markt heute wahrscheinlich bewegt, hätte ich fast gesagt, eigentlich eher hemmt. Denn ich denke mal, dass wir so richtig über diese Szenarien hinaus vorher nichts mehr sehen. Ich glaube nicht, dass die meisten Marktteilnehmer sich so weit aus dem Fenster lehnen vor der Zinsentscheidung. Aber im gezeigten Rahmen kann ich mir Bewegungen durchaus vorstellen. Ich hoffe, dass sie euch hilfreich sind, die Überlegungen für eure eigenen Handelsentscheidungen. Und denkt immer dran, der Chart entscheidet nicht, was als nächstes passiert. Der Chart zeigt, was die Marktteilnehmer mit der aktuellen Situation anfangen. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße.